Untertitelung des ZDF, 2020 Herzlich Willkommen zum Marktupdate Klarschiff, heute Abend Donnerstag. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir machen jetzt Klarschiff mit den Fragen, die aus den Marktupdate Live-Formaten montags und mittwochs jeweils übrig geblieben sind. Da sind einige interessante Unternehmen bei, die ich jetzt hier besprechen will. Und diejenigen, die weitere Informationen für über das aktuelle Tagesgeschehen haben wollen, haben natürlich die Möglichkeit, über meinen YouTube-Kanal zum Beispiel nachher noch Lib Coffee Break zu schauen und dort Informationen über das aktuelle Handelsgeschehen an den europäischen Börsen einzuholen. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den YouTube-Kanal von Comdirect entsprechend abonniert und wenn euch das Format gefällt, natürlich auch einen Daumen hoch da lasst, beziehungsweise einen Daumen runter, wenn nicht, dann aber bitte auch gerne die Kommentarzeile reinschreiben, was euch nicht gefällt. Ihr habt auch jetzt die Möglichkeit, in den Kommentaren Fragen für das nächste Marktupdate Live-Format reinzuschreiben. Live-Chat gibt es nicht, weil dieses Format ja quasi aufgezeichnet wird und nur zur Abarbeitung eurer Fragen dient. So, und ich würde vorschlagen, ich lege gleich mal los und wir gucken uns mal das erste Unternehmen an. Das ist Innovative Industrial Properties, eben ein REIT mit Schwerpunkt auf Gewerbemobilien, Industrieimmobilien im Bereich Cannabis-Anlagen im weitesten Sinne. Das ist also ein Unternehmen, was sozusagen diese Hallen und entsprechende Wachstumsstätten dann eben für die Cannabis-Unternehmen zur Verfügung stellt. Und wir sehen also auch hier, dass natürlich dann entsprechend die Nachfrage nach den Objekten von der Gesellschaft in den letzten Jahren relativ hoch war, weil natürlich auch der Boom im Cannabis-Sektor über die Branche hinweg dafür gesorgt hat. Aber man sieht natürlich auch jetzt eine leichte Ernüchterung. Das Problem bei dem Unternehmen generell ist, es ist ein REIT, das ist generell schon mal interessant. Man hat also hier wirklich mit Immobilien entsprechend zu tun, aber auf der anderen Seite sieht man einfach, dass gerade in dem Bereich Cannabis-Produktion in den USA eine gewisse Überkapazität da ist. Das heißt, viele Unternehmen wurden gegründet, haben versucht natürlich in dem Bereich entsprechend ihre Position zu finden und haben dann natürlich auch angefangen, Cannabis anzubauen. Und das führt halt insgesamt halt zu großen Cannabis-Anbauflächen, die dann eine Überkapazität hervorrufen. Die wird langsam zurückgefahren. Das heißt, es dürfte sich halt auch entsprechend natürlich auf das operative Geschäftsfeld von Innovative Industrial Properties eben doch auswirken. Und das sollte man sehen. Ansonsten haben wir hier natürlich ein Immobilienunternehmen. Was dahingehend ganz interessant ist, weil man halt in dem Bereich natürlich Cannabis-Anbau unterwegs ist und das ein sehr nischiger Bereich ist. Aber so sollte man den REIT auch betrachten. Das ist halt eher ein nischiger REIT. Vor allem Gewerbe, wie gesagt, insgesamt ein bisschen problematisch zu sehen. Dann noch diese Sonderlocke mit dem Cannabis-Anbau. Also insgesamt wirklich eher ein hochspekulativer REIT aus meiner Sicht heraus. Deswegen ein bisschen Vorsicht an der Bahnsteinkante. Und wenn ihr den habt oder eben vor kurzem gekauft habt, auf jeden Fall mit Stop-Loss absichern. Momentan dringt sich aus meiner Sicht heraus zumindest erstmal kein Investment auf. Eben aufgrund der Tatsache, dass ich halt hier noch sehr, sehr viele Probleme sehe in dem Cannabis-Sektor, die erstmal abgebaut werden müssen, beziehungsweise dann verschwinden müssen oder sich in Luft auflösen oder in Rauch auflösen müssen. Und demzufolge denke ich, dass das dann doch einen sehr hoch spekulativen Charakter hat. Das nächste Unternehmen sind die Brookfield Infrastructure Partner, die ihr nachgefragt habt. Das ist ein sehr interessantes Vehikel, wenn man so will. Brookfield Infrastructure, das steckt sozusagen der Geschäftszweck ja weitestgehend auch schon in dem Unternehmen drin. Und zwar investiert das Unternehmen in Infrastrukturprogramme. Und das sind dann eben Mautstraßen, Schienen oder eben auch Öl- und Gaspipeline. Und das verleiht diesem Unternehmen eigentlich einen ganz interessanten Charakter. Und man sieht halt auch im Aktien-Chart oder beziehungsweise im Kurs-Chart, wie sich die Performance des Unternehmens eben dargelegt hat. Es ist wirklich wie an der Schnur gezogen, zieht sich sozusagen der Aktienkurs von Brookfield Infrastructure Partners entsprechend nach oben. Es ist eine Corporation in diesem Fall, das heißt, es ist halt tatsächlich eine Aktien, eine Aktiengesellschaft. Und ganz interessant ist, dass die Verträge, die man hat, dass die teilweise wirklich inflationsindexiert sind. Das bedeutet, mit steigender Inflation steigen auch die Einnahmen von den Unternehmen. Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Und was auch ganz interessant ist, das sogenannte FFO, also Funds from Operations, was ja auch gerade in diesem Bereich im weitesten Sinne bei Investmentgesellschaften, bei REITs, als auch natürlich bei Infrastrukturfonds im weitesten Sinne oder Beteiligungsgesellschaften sehr wichtig ist, dass diese ja auch hoch sind. Das heißt, man hat hier ein Unternehmen, was wirklich eben aus dem operativen Geschäft einen sehr hohen Cashflow generiert und den dann eben auch in Gewinne umwandeln kann. Und das ist halt ganz spannend. Also wir haben hier nicht ein Unternehmen, was irgendwann mal was relativ günstig gekauft hat und das dann sozusagen über die Jahre zuschreibt und eigentlich überhaupt kein Cashflow generiert, sondern eigentlich nur Vermögenswerte zuschreibt. Und das ist halt der himmelweite Unterschied. Das sollte man halt bei vielen Immobiliengesellschaften immer auch beobachten, beziehungsweise bei solchen Gesellschaften. Das heißt, mir gefällt die Gesellschaft ganz gut. Schönes defensives Papier, das sieht man auch an der Bewertung. Die Investoren sind bereit, eine 51er KGV für die Gesellschaft zu zahlen. Das hat halt wirklich damit zu tun, weil hier Flucht in diese Papiere stattgefunden hat aufgrund der Inflationsabsicherung oder Absicherungskarakter eben aufgrund der Tatsache, dass viele Verträge inflationsindexiert sind. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Das heißt, wenn ihr die Anteile von dem Unternehmen habt, auf jeden Fall weiterhin halten. Ich finde das spannend. Hier muss man auch wirklich perspektivisch einfach nach vorne gucken. Die Dividendenpolitik in den letzten Jahren war auf jeden Fall steigend. Das heißt, man hat immer wieder die Dividende angehoben. Insgesamt sieht das also ganz gut aus, das Konstrukt. Und ist ein defensives Investment, wenn man in nordamerikanischen Infrastrukturprojekten investiert sein will. Also auf jeden Fall ganz interessant. Anders sieht es aus bei den Around Townen. Das ist eine Immobiliengesellschaft. Die hatten wir an dieser Stelle auch arge Probleme in den letzten Jahren bekommen. Und das liegt natürlich daran, dass hier ein sehr, sehr hoher Anteil eben im Gewerbeimmobilien drin ist. Man hat auch teilweise in Hotels investiert. Und das liegt sozusagen dem Unternehmen derzeit um die Ohren. Also wie gesagt, ich bin eh kein großer Freund von Gewerbeimmobilien bzw. Reiseimmobilien. Das ist momentan wirklich ein Wambang-Spiel. Da weiß man nicht genau, wie sich die Situation darlegen wird. Und so hat es im Endeffekt auch bei den letzten Zahlen, die Around Town vorgelegt hat, auch ausgesehen. Ich denke, momentan Immobiliensektor insgesamt ist schwierig, gerade in Europa und speziell bei den Gewerbeimmobilien. Also ich würde wirklich feuchtig sein, sollte die europäische Wirtschaft hier tatsächlich in eine Rezession schlittern. Wobei ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür sehe. Dann wird es halt auch die Gewerbeimmobilien erneut treffen. Wir müssen auch im Hinterkopf behalten, dass eventuell auch wieder Covid-Maßnahmen zum Jahresende vielleicht geplant sind. Wie auch immer. Das würde die ganze Geschichte wieder einschränken. Also von daher, ich wäre eher vorsichtig an dieser Stelle und würde eher einen Bogen um die Aktien von Around Town machen. Das nächste Unternehmen sind die Pinduoduo. Die haben wir ja hier mittlerweile auch schon fast wöchentlich im Programm. Aber kann man eben auch verstehen. Weil natürlich momentan sehr viel bei chinesischen Unternehmen passiert. Das heißt natürlich, dass man hier einfach viel Hoffnung drinnen weckt, dass dieser E-Commerce-Gigant, das ist der drittgrößte E-Commerce-Anbieter in China, dass der sozusagen natürlich auch bald wesentlich stärker im Kurswert steigen kann. Wir haben heute wieder steigende Kurse gesehen und das hat natürlich auch damit zu tun, weil die chinesische Regierung bekannt gegeben hatte, dass man Technologieunternehmen, Fintechs, Payment-Anbieter regulatorisch auch unter die Arme greifen will. Man will sozusagen hier ein bisschen Erleichterung schaffen. Man möchte dann auch diesen Bereich weiter fördern und davon profitieren natürlich Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Man nimmt dann also an, dass natürlich auch gerade, wenn eben Online-Payment stärker gefördert wird, und natürlich auch der E-Commerce entsprechend wieder attraktiver werden könnte. Und demzufolge sind die Aktien von Pindu heute auch gefragt gewesen. Man sieht das hier nicht, weil es die Nasdaq-Kurse sind von gestern Schlusskurs. Das seht ihr, 22 Uhr, gestern am 22. Heute fester, das hat man im deutschen Handel schon gesehen. Und demzufolge, ja, die Aktien sind auf jeden Fall eine Wette darauf, dass man eben auf den steigenden E-Commerce-Absatz in China setzt. Hier nochmal besonders, das ist so ein bisschen wie die Let's Buy.com. Die können sich also Käufergruppen zusammentun, dadurch günstiger Produkte kaufen. Das ist die Idee, die hauptsächliche Idee, die hinter Pindu-Duo steht. Hat, kann funktionieren, muss aber nicht. Insgesamt hat man aber damit auf jeden Fall mit dieser Systematik es geschafft, an dritter Stelle der E-Commerce-Giganten zu kommen, hinter Alibaba und JD, glaube ich, waren es. Und von daher ist das Unternehmen durchaus interessant, wenn man auf chinesische Aktien setzen will. Wie gesagt, immer ein bisschen auch das politische Risiko im Hintergrund oder im Hinterkopf behalten. Denn ansonsten, wer sagt, nee, ich möchte auf einen rein großen Technologiekonzern setzen, der noch breiter aufgestellt ist, dann natürlich eine Alibaba eher bevorzugt. Hier hat man eher ein Unternehmen, was wesentlich stärker auf den E-Commerce-Bereich fokussiert ist. Das nächste Unternehmen sind die Skywork Solutions. Das ist ein Hersteller von Hochleistungsanalog-Halbleitern. Und die stecken wirklich in allen möglichen Technologien drin. Die sind halt bei Verstärkern, Richtkoppler, Dioden, Detektoren, Thermostate, also überall mit verbaut, beziehungsweise baut das Unternehmen da für Lösungen, aber eben auch für den Mobilfunk-Bereich und, achso, Solutions. Und das ist halt, Moment, so. Das hat dem Unternehmen zumindest aufgrund der breiten Ausstellung und dieser Positionierung in vielen wichtigen Bereichen eben zumindest in den letzten Jahren ganz gut geholfen. Jetzt natürlich konnte sich das Unternehmen nicht den allgemeinen Abwärtstrend in den USA entziehen. Man hat hier auch so ein bisschen den Charakter von Halbleiter-Technologie natürlich drin. Das heißt, man sieht hier, wenn man jetzt den Chart zum Beispiel von der AMD, NVIDIA oder anderen großen Semiconductor-Unternehmen natürlich rauflegen würde, dann würde man sehen, dass die eine sehr, sehr hohe Korrelation zueinander aufweisen. Das heißt, der Kursverlauf von den Aktienkursen ist jeweils gleich oder ähnlich. Ich denke aber, Skywork Solutions insgesamt schon interessant ist, auch wenn natürlich jetzt die Diskussion losgeht, okay, sehen wir in den USA eine Rezession? Ja, nein, weiß nicht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die eintritt, wird man aber einzelne Bereiche sehen, wie zum Beispiel den Telekommunikationsbereich, der sich daraus einfach entziehen kann. Das heißt, ihr werdet in Zukunft auch weiter telefonieren. Die Amerikaner werden auch weiter telefonieren. Die werden nicht weniger kommunizieren, die werden nicht weniger Internet nutzen, sondern im Endeffekt bleibt das wirklich als Art sichere Bank gleich. Das heißt, dieser ganze technologische Fortschritt wird auch weiter gehen. Ergo werden natürlich auch Produkte von zum Beispiel Skywork Solutions dann genutzt. Und wir sehen halt einfach eine ganz normale Zyklik, die eben stattfindet. Das hatte ich auch gestern schon bei Nvidia kurz erläutert, bei dem Marktupdate. Und das sieht man hier natürlich ausgeprägter, weil man eben durch die Bank weg in vielen Bereichen in Amerika positioniert ist. Aber ich finde das Niveau aktuell schon sehr interessant. Vielleicht sollte man abwarten, ein bisschen Beruhigung an den Aktienmärkten, in den USA eingekehrt ist. Die Bewertung mit dem 8er KGV ist durchaus Investitionswert, zumindest aus meiner Sicht heraus, was fundamental dahinter steht. Die Wachstumsraten sind gut, aber wie gesagt, noch ein bisschen mehr Beruhigung bei den Aktienkursen, vielleicht eine kleine Bodenbildung, dann sind die Aktien durchaus interessant. Das nächste Unternehmen, was ihr angefragt habt, sind die Ecograph. Ich sage jetzt schon vorweg, für mich ein viel zu hoch spekulatives Papier. Es ist ein australisches Unternehmen, was im Bereich der Batterie, Anoden, Materialproduktion tätig ist. Das will hochreine Grafitprodukte herstellen. Das Problem ist es aus meiner Sicht heraus zu klein. Die aktuelle Börsenphase, also die klassischen Bärenmärkte, wie wir sie momentan erleben, fehlen solche Unternehmen einfach aus dem Markt raus. Warum? Ganz einfach, man will ein Kaufargument haben. Als Investor, als großer institutioneller Investor, da gucke ich mir die Solidität, da gucke ich mir die Bilanz von Unternehmen an, da gucke ich mir die Kapitalausstattung an, da gucke ich mir das operative Geschäft an. Das muss alles schlüssig sein. Und wenn ich da halt von diesen Faktoren einfach einen Punkt finde, der nicht schlüssig ist, zum Beispiel, das Unternehmen macht noch keine Gewinne, es ist sehr stark verschuldet oder ist einfach auch insgesamt zu klein und hat noch überhaupt nicht den Markteintritt geschafft, warum soll ich in solchen Phasen in solche Unternehmen investieren, die es ja dann durch den allgemeinen konjunkturellen Druck ja sogar eher noch schwieriger haben werden als die etablierten Unternehmen. Und das ist momentan ein Problem, warum die Small Caps, die Micro Caps, es momentan in solchen Phasen einfach immer schwieriger haben. Und da wird ich wirklich feuchtig sein. Es gibt natürlich immer mal hier und da einige Hype-Bewegungen. Da kommt eine Nachricht, da wird das Ganze breit getreten durch irgendwelche PR-Maßnahmen und Pressemitteilungen, aber danach beruhigt sich meist der Aktienkurs. Also einen nachhaltigen Trend kann man da einfach nicht sehen. Das sieht man auch im Aktienkurs dann. Und von daher würde ich hier wirklich vorsichtig sein bei solchen Unternehmen. Hier gerade am Ende von Bärenmarken, beziehungsweise zum Beginn einer neuen, dann möglich natürlich auch Börsenhosse, immer auf die großen Player setzen, immer auf die großen Unternehmen, die dann relativ günstig bewertet sind, wo viel Pessimismus drinsteckt. Da geht auch als erstes das große Investorengeld hin. Und das treibt im Endeffekt die Aktienkurse an. Kein Investor, kein institutioneller Investor wird auf einmal irgendwelche kleinen Mörner oder kleine Buden raussuchen und entsprechend dann dort investieren. Sondern man geht eben dann wirklich auf die, ich sage jetzt mal, Teslas, Amazons, Apples, Mercedes, Benz Group, Volkswagens dieser Welt und setzt auf große Benchmark, auf große Werte, die eben in den entsprechenden Aktienindizes drin sind und nicht auf kleine Unternehmen. Und von daher wäre das aus meiner Sicht heraus bestenfalls totes Kapital, was erstmal wirklich nur einen hoch spekulativen Charakter einfach hat. So, das nächste, Gastransport. Die hatten wir halt vor einiger Zeit auch schon mal an dieser Stelle. Das ist ein französischer Schiffsanlagenbauer. Also im weitesten Sinne kann man eigentlich sagen Unternehmen aus dem Maschinenbau heraus. Und das ist ganz spannend. Die profitieren halt momentan wirklich davon, dass dieser starke Run nach LNG, LPG, also Liquid Natural Gas und Liquid Propan Gas so einen Run erzeugt hat. Man sieht es hier sozusagen mit dem Anwachsen beziehungsweise mit der Eskalation im Ukraine-Konflikt, Schrägstrich Ukraine-Krieg, hat natürlich dann die Aktie davon tatsächlich profitiert. Ganz interessant ist, dass das Unternehmen sich vor kurzem die Allogen oder Allogen gekauft hat. Das ist ein Unternehmen, was im Bereich der Wasserstofftechnologie unterwegs ist. Und das ist wirklich gerade im großindustriellen Bereich aus meiner Sicht heraus wirklich der heiße Scheiß. Das kann man gar nicht anders formulieren. Da wird noch einiges passieren. Nicht bei dem Automotive-Sektor, das sehe ich jetzt erstmal nicht und auch nicht im privaten, also im B2C-Bereich, sondern tatsächlich auf der großen Ebene, im Schwerindustrie-Bereich, im Transportbereich, bei LKWs, Schiffen, Bahnverkehr. Da passiert einiges. Und von daher ist das ganz spannend, was Gastransport da gemacht hat. Man hat auch ganz gute Kooperationen bereits durch den Kauf mit Allogen nach Südkorea machen können. Da ist nämlich der grüne Wasserstoff sehr, sehr stark förderungswürdig und wird momentan auch sehr stark entsprechend nachgefragt von der Industrie bereits. Und damit hat sich Gastransport eigentlich international gut aufgestellt. Ich denke, die Story ist damit intakt. Also man wird auch aus Europa heraus eine höhere Nachfrage natürlich nach LNG, LPG-Produkten haben, die dann mit Schiffen transportiert werden, auf deren Produkte beziehungsweise dann Maschinerien oder Lösungen von Gastransport natürlich gesetzt wird. als auch natürlich die Positionierung im Wasserstoffsektor. Für mich eine durchaus schlüssige Story. Bei Schwäche tendenziell würde ich mir die Aktien angucken. Momentan jetzt in die Fahnenstange reinkaufen, weiß ich nicht genau. Wer die Aktien hat, auf jeden Fall eine Halteposition, aber auf alle Fälle mal eine weitere Watchlist-Position. So, das nächste Unternehmen sind die Stem Incorporation, die ihr nachgefragt habt. Oder, ja, Stem, ah, nein. Das ist ein Unternehmen, was sich da auch spezialisiert hat, Softwarelösungen für den Energiesektor zu produzieren. Vor kurzem über einen Speck-Deal in den Mantel reingeschlüpft. Ihr seht es hier im Jahr 2020 beziehungsweise 2021. Das ist schon so ein bisschen das erste Handicap. So Speck-Deals an sich sind mir suspekt. Also da würde ich wirklich vorsichtig sein. Vor allen Dingen weiß man eben nachher dann auch nicht genau, wie stark wirklich, ob die Bewertungen, die wir aktuell sehen, ob die dann tatsächlich der Fernbewertung entspricht. Das ist immer so ein bisschen das Problem dabei. Das zweite ist einfach auch, dass das Unternehmen noch keine Gewinne schreibt. Und das ist momentan ein ganz, ganz klares Handicap. Interessant ist, man konnte von Keiner Morgan einen erfahrenen Manager mit an Bord holen. Also man ist ja hier, wie gesagt, im Bereich der Energielösungen, der Effizienzschaffung oder der effizienteren Nutzung von Energien durch Software unterwegs. Das ist sicherlich ein interessanter Ansatz. Aber momentan hat halt auch hier das Handicap diese beiden Aspekte einmal aus dem Speck-Deal heraus. Da sind halt, wie gesagt, viele Investoren erstmal ja vorsichtig. Das sieht man bei ganz, ganz vielen Unternehmen, die aus dem Speck-Deal hervorgegangen sind. Und das zweite ist, es werden halt noch keine Gewinne gemacht. Deswegen würde ich die Aktien momentan eher nur beobachten, würde mir die weitere Entwicklung ansehen. Und das drängt sich aus meiner Sicht heraus zumindest mal noch nicht ein Investment auf. Das dritte und dann eben die Billfinger. Und damit haben wir schon einen Kandidaten erreicht, der aus meiner Sicht heraus eigentlich interessant ist und wo man auch sieht, dass die Investoren derzeit wirklich überziehen, die Zahlen, die Billfinger vorgelegt hatte. Für das erste Quartal waren gut. Warum sind die Aktien trotzdem bei der letzten Zahlenvorlage unter die Räder gekommen? Das hat einfach damit zu tun gehabt, weil man eben das Russland-Geschäft abschreiben musste und demzufolge damit einen Verlust ausgewiesen hat. Aber wenn man sich die Zahlen insgesamt ansieht, kann man eigentlich gar nichts Großschlechtes erkennen. Man hat hier die Erlöse um 15% auf 961 Millionen steigern können. Das lässt sich sehen. Man ist in vielen wichtigen Bereichen. In der Petrochemie, in der Chemie verdient man momentan gutes Geld durch die Lösungen, die man als Industriedienstleister für die Unternehmen entsprechend natürlich auch zur Verfügung stellt. Man will sich in den Bereich der erneuerbaren Energien positionieren. Man möchte sich also hier breiter aufstellen und diversifizieren. Für mich eigentlich im Endeffekt ein guter Ansatz. Die Billfinger haben wirklich die Chance, diesen Pessimismus, den man jetzt hat, den man einfach in den Aktienkursen eingepreist hat, dass der relativ schnell auch wieder ausgepreist werden kann. Gerade wenn es eben dann in Richtung einer möglichen Rezession geht, ist das in den Aktienkursen tatsächlich ja schon eingepreist. Also von daher allein schon die Annahme ist bereits drin. Das bedeutet aus meiner Sicht aus, ist das Gröbste zumindest erstmal bei den Kursen tatsächlich eingepreist. Große Kurssteigerung würde ich jetzt erstmal nicht erwarten, aber wir haben hier ein Papier, was zumindest mal solide bewertet ist. 14er KGV finde ich jetzt nicht teuer für den Markt beziehungsweise für die Branche und 3,29%ige Dividendenrendite vorsteuern ist durchaus sehenswert. Also von daher insgesamt ein interessantes Papier. Man sieht auch schon, die Aktien sind dabei, sich eine Bodenbildung zu schaffen. Wer hier noch sagt, ah, ich warte noch ein bisschen ab, kann das gerne tun. Natürlich, man sollte ja nicht in dem allgemeinen negativen Gesamtmarkt hineinkaufen, aber wenn sich die Börsenphase bessert und man perspektivisch auf drei bis fünf Jahre unterwegs ist, sind solche Aktien auf jeden Fall interessant. Das nächste Unternehmen sind die Waste Management. Ein amerikanischer Müllentsorger. Ich glaube sogar einer mit der größten, wenn nicht sogar der größte. Und das ist halt auch ganz spannend, weil natürlich hier ein Unternehmen ist, was sich so ein bisschen von der allgemeinen Konjunktursituation loslöst. Das heißt, Müll wird immer produziert, tendenziell auch mehr, egal in was für einer Wirtschaftsphase man sich befindet, ob man in einer Boomphase ist, einer Rezession, es entsteht einfach Abfall. Und dieser Abfall wird natürlich durch zum Beispiel Waste Management entsprechend entsorgt, recycelt. Man wandelt das auch um, den Abfall in Energie. Das hört sich jetzt sehr charmant an. Ist aber nichts anderes wie Müllverbrennungsanlagen, die betrieben werden. Also von daher hat man hier auch im Endeffekt Kunden, sowohl auf der Privatkundenseite als auch im B2B-Bereich. Das heißt also Industriekunden, die man entsprechend versorgt. Man betreibt Mülldeponien. Also man ist in diesem ganzen Bereich der Müllentsorgung im Endeffekt gut aufgestellt. Und das macht das Unternehmen auch interessant. Das sieht man auch, wenn man sich den langfristigen Chart ansieht, dass man hier eigentlich eher ein Unternehmen hat, was defensiver unterwegs ist, was natürlich auch mal Korrekturen durchzieht. Das ist ganz normal. Aber tendenziell dürfte der Trend weiter in Richtung Kurs Norden sein. Das heißt für mich, auch wenn ihr die Aktien habt, klassische Haltepositionen. Ich würde mich da nicht verunsichern lassen. Natürlich muss man sich mit einem Stop-Loss absichern. Das ist bei jeder Anlage entsprechend notwendig. Aber zumindest mal die Positionierung von dem Unternehmen nicht schlecht. Und last but not least die Frage, was passiert eigentlich, wenn Gastprom verstaatlicht wird? Ja, dann kann man das Investment tatsächlich aus meiner Sicht heraus zumindest abschreiben. Was bedeutet das? Verstaatlichung ist ja dann praktisch de facto per Kraft der Wasserbrühe von der entsprechenden Regierung. Ich löse das jetzt mal von Gasform ja so, dass man dann tatsächlich sagt, so die Aktien gehören jetzt uns. Das ist einfach, das kann man einfach dann machen. Man enteignet dann sozusagen die Aktionäre. Und wenn es dann so kommen sollte, dann hat man eben Pech gehabt. Was momentan die aktuelle Phase ist, zumindest was ich jetzt noch gehört habe, ist aber, dass die Aktien sozusagen die per ADA-Programm in den westlichen Industrienationen handelbar gemacht wurden. Die sollen wieder zwanghaft zurückgetauscht werden in die Original-Gasprom-Aktien, die aber auch nur an der Moskauer Börse gehandelbar sind. Das heißt, ihr habt dann entsprechende Schreiben von eurer Depotbank bekommen, wo dann eben daraus hervorgeht, dass entweder die Aktien auf ein Finanzinstitut verlagert werden muss, wo man eben entsprechend die Aktien lagern kann. Weil die meisten deutschen Institute können das nicht. Die können aktuell keine Verwahrung für russische Aktien, für originalrussische Aktien vornehmen. Deswegen wurden ja damals auch die ADA-Programme aufgelegt. Das bedeutet dann eben im Endeffekt, dass man dann originalrussische Aktien hat. Und da muss man eben dann als Endkunde bei manchen Banken Sorge tragen, dass man entsprechend dann eben den Kontakt zu einer russischen Depotbank aufbaut. Beziehungsweise gibt es auch Institute. Ich glaube, die Commerzbank ist natürlich daran bemüht, entsprechende Lösungen zu präsentieren. Das heißt, eventuell sucht man Kooperationspartner oder baut selber entsprechende Lösungen. Das weiß ich aber nicht ganz genau. Ist auf jeden Fall noch ganz spannend. Ist in der Schwebe. Aber insgesamt ist es tatsächlich so verstaatlich. Und gab es in der Vergangenheit schon öfter. Des Öfteren in vielen Ländern, gerade in Südamerika, da hat einfach der Staat gesagt, so das Unternehmen gehört jetzt uns. Und die Aktionäre sind dann tatsächlich leer ausgegangen. Anders sieht es aus bei schuldrechtlichen Titeln. Das heißt, bei Anleihen, bei Schuldverschreibungen usw. Oder beziehungsweise generell Krediten. Da kann man nicht per se sagen, so das wird jetzt verstaatlich und weg ist es. Sondern dieser schuldrechtliche Anspruch bleibt dann noch bestehen. Das konnte man auch in der Vergangenheit gerade in Südamerika sehen, dass dann eben der Anspruch gegen den Staat einfach weiter bestehen bleibt und der dann entsprechend das bedienen muss. Also man sieht schon hier, ist sozusagen das Gesellschaftsaktienrecht tatsächlich ein anderes, als eben im entsprechenden der Schuldiger- bzw. das Kreditrecht. Und das ist eine ganz interessante Situation. Aber von daher, tatsächlich, sollte es zu einer Verstaatlichung kommen, dann kann man tatsächlich aus meiner Sicht heraus, zumindest nach aktuellen Stand, tatsächlich einen Haken hinter machen. Wenn man Glück hat, gibt es noch eine Abfindung. Das kann manchmal auch sein, dass man so eine Proforma-Abfindung zahlt, um eben dann natürlich in rechtlichen Verwicklungen auseinanderzugehen. Würde ich aber jetzt, sage ich mal, bei den russischen Aktien eh nicht erwarten, weil die Situation ja eigentlich schon mal international jetzt nicht dafür spricht, noch den Gutmenschen zu spielen. Also von daher, gut, das ist ein ganz, ganz weites Thema. Ich hoffe, dass dahingehend die Frage beantwortet ist. So, und ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Damit bin ich nämlich schon durch mit euren Fragen, die ich jetzt hier mit reingenommen habe. Fragen, die noch nicht rangekommen sind, nehme ich für die Montagssendung da mit rein. Wieder ein Grund, mir auf jeden Fall mal vorbeizugucken. Montag, 17 Uhr gibt es Marktupdate live. Und ansonsten, morgen gibt es den Podcast mit mir und Markus Weingran. Beziehungsweise nachher gibt es dann noch Lipguss Coffee Break auf meinem YouTube-Kanal, einfach Andreas Lipko Grün empfindet ihr das. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute. Einen schönen Restdonnerstag, soll ja schön warm sein heute. Genießt das Leben und bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Marktupdate Marktupdate Marktupdate